Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Blinder und ein Rollifahrer machen sich zurecht, um auf die Piste zu gehen. Sagt der Blinde zum Rollifahrer, du siehst gut aus. Sagt der Rollifahrer, lass uns gehen. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn er euch gefallen hat, teilt ihn mit euren Freunden, erzählt ihn weiter und habt eine schöne Woche damit. Wir sehen uns nächsten Montag wieder beim Montagswitz. Abo nicht vergessen und seid ihr sicher dabei. Danke und bis nächste Woche.